Mein Name ist Tim Gruber. Ich habe als Lehrer zum Kfz-Techniker angefangen und arbeite in der Berufswerkstätte Gmunden. Ich bin Grescher Wolfgang, bin der Ausbildner von Gruber dem und freue mich, dass wir mit dieser Lehre jetzt als Kfz-Techniker starten. Mein Name ist Anessa Kasupovic und ich beginne ab heute den Lehrberuf als Bürokauffrau. Ich bin die Mama von Anessa und ich bin sowieso beim Land Oberösterei beschäftigt. Danke. Mein Name ist Dalton Leder und ich starte den Lehrberuf Straßenerhaltungsfachmann bei der Straßenmeisterei Badland-Felden. Okay, ja, ich bin der Büchinger David. Ich bin Ausbildner an der Straßenmeisterei Badland-Felden. Ich habe selber den Lehrberuf Straßenerhaltungsfachmann erlernt. Also ich bin die Sarah Reindl und mache jetzt eine Lehre aus Bürokauffrau bei der BH Kirchdorf. Ich bin die Reinheld Söllner. Ich bin die Lehrlingsausbilderin auf der Bezirkshauptmannschaft in Kirchdorf. Und liebe Sarah, ich freue mich schon auf unseren gemeinsamen Start und auf unsere gemeinsamen drei Jahre. Das war'sst super. Das war'sst super. Bis zum nächsten Mal.